Hallo, ich bin Marc Schneider aus dem Knipex Produktmanagement und ich stelle Ihnen heute die Welt der Knipex Krimzangen vor. Die Zangen aus der Prezifos-Serie sind Zangen mit fest verbauten Krimpeinsätzen. Kleine, kompakte Zange, geringes Gewicht, fest verbaute Krimpeinsätze, hohe Übersetzung, günstige Schenkelstellung. Folgende Verbinder können damit verpresst werden. Coxialverbinder, Stoßverbinder, isolierte und unisolierte Verbinder, Quetschkabelschuhe, Aderendhülsen, Flachsteckverbinder und auch Schrumpflauchverbinder. Hier macht das Arbeiten richtig Spaß. Auch für diese Krimzangen sind sogenannte Positionierhilfen oder Lokatoren erhältlich. Die stellen sicher, dass sich der Verbinder beim Krimpen nicht verdreht. Ich zeige Ihnen mal anhand eines isolierten Verbinders, wie man mit der Prezifos verpresst. Stecker einlegen, das Kabel einführen, zudrücken, verpressen, fertig. Die Prezifos ist das ideale Werkzeug für den Service-Techniker oder für die Werkstattmontage.